Mittwoch, der 4. Oktober 2017. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Ja und schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen zur ersten Lottoziehung im Monat Oktober. Und jetzt wird es ja draußen langsam so wieder ein bisschen ungemütlich, ein Grund mehr daheim im warmen Live bei der Ziehung dabei zu sein und mit zu fiebern. Und wir schreiten auch gleich zur Tat und das natürlich wie immer mit ganz viel Optimismus. Unsere Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer schon überprüft und startklar. Somit kann es losgehen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. So heißen Sie auch in den Spielern. Und für viele Spieler, am Ende dieses Spielfeld seitdem ist einfach eine ganz besondere Beute. Der Kugeln hat eine 6.000 Euro. Und das ist eine Superzahl. Rund 336.000 Euro. Und das ist für den Kugeln. Es ist Glück und Start. Hier die erste Zahl für heute. Die 45. Und die Kugeln und die Kugeln haben wir hier. Die Kugeln hat den 5. Spieler Hexen. Gleich 2. Die kommen aus Lagen-Datelheim. Und dann aus Bayern-Hessen. Und die Kugeln und die Kugeln. Und dann aus Bayern-Hessen. Und jetzt kommt der 17. Und das ist der Weg. Jetzt kann ich die Konzentration selbst schon sehen. Das Kugeln von Hinton Ausgaben. Die 6 richtigen Passdokern natürlich noch zu Beginn. Und diese 300 если ein paar Rechte. Und dann binden. Und 15 Minuten. Das ist los. Die nächste ist die 19. Und dann haben wir die Kugeln. Die nächste Lauterzahl ist die 11. Und es gibt auch noch ein paar Millionen mehr. Die erste war die vorletzte, die 15. Die letzte ist die 16. Das sind sie also nochmals, die sechs Richtigen am heutigen Mittwoch. Und mit denen geht es jetzt in die nächste Runde. Es geht nämlich weiter mit der Ziehung der Superzahl. Ich drücke nochmals ganz fest die Daumen an Ihnen allen. Viel Glück. Insgesamt sind es heute bei uns 14 Millionen Euro. Nachgesprungen, wie gesagt. Und für den Geflügel in der europäischen Windklasse von 6.040. Natürlich nur die sechs Richtigen von eben. Und der heutigen Superzahl. Vier. Damit stehen alle Gewinnzahlen für heute fest. Und die gucken wir uns natürlich nochmals an. Hier sehen Sie die Lottozahlen noch mal ganz in Ruhe zu mitschreiben. Natürlich wie immer Ihnen richtiger Einfall. Elf. Elf. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Neunzehn. Fünfundvierzig. Und die Superzahl 4. Weiter geht's mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Leipzig ermittelt. Also wenn Sie da mitgespielt haben. Im Spiel 77 gewinnt heute. 6 1 7 0 4 9 3. Und noch die Gewinnzahl. Der läuft sowieso per 6. 6 7 6 6 8 3. Nachlesen können Sie immer nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe bei uns im Internet auf lotto.de. Und damit sind wir schon wieder durch. Das war Lotto am Mittwoch. Die nächste Chance, die gibt's am Samstag pünktlich eine Stunde später als heute. Nämlich um 19.25 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Mittwochabend. Tschüss. Machen Sie's gut. Ende der Tür. Lotto 6 aus 49. Danke.